Platz 1 gewinnt heute eine 20-Euro-PSN-Karte oder 2100-Microsoft-Points von unserem Sponsor-Keyload, Link in der Beschreibung. Was geht ab, Freunde? Erne von viel FIFA & Gaming TV hier und herzlich willkommen zur 33. Folge unserer Top 5 Tore der Woche in FIFA 13. Kommen wir auch direkt zum Platz Nummer 5, den belegt diese Woche Berlin Cityverse. Er kommt hier angelaufen mit Fernando Torres und er luft den Ball auf, er wird weg über den Gibraltar Marolasso. Fernando Torres, sowas kennen wir ja gar nicht von ihm. Normalerweise schießt er den Ball aus 2 Metern daneben. Weiter geht's mit dem Platz Nummer 4, belegt von TheMaxGamingTV. Der macht den Rainbow-Flick mit Nani und dann den direkten Volley über den Keeper. Da stand der Keeper wohl zu weit draußen, aber trotzdem eine richtig geile Flugbahn. Weiter geht's mit dem Platz Nummer 3, belegt von The8, Dave Maeve. Der kommt hier angelaufen mit Robinho. Erstmal nimmt er den ersten auseinander, der Gretchen aus seinen eigenen Mitspieler um. Dann der Roulette, jetzt die Rabona-Flank und da steht Ramon. Mit dem schönen Fallrückzieher verwandelt er das Ding in hier. Und weiter geht's mit dem Platz Nummer 2, belegt von MacFIFA. HD, der macht den Rabona-Flick, fliegt sich den Ball hoch, Chess Flick und dann der Seitfalz hier. Perfekt in den Winkel hier, was ein geiles Tor. Aber wenn man sich das Ganze nochmal in der Wiederholung anschaut, dann sieht man, dass der Gegner hier um den Ball herumgelaufen ist, anstatt den Mann richtig anzugreifen und deshalb hat das Tor von mir leider nur Platz 2 bekommen. Und jetzt kommen wir zum alles entscheidenden Platz Nummer 1, belegt von MyChas HD. Der kommt hier angelaufen mit Tarrap, Running Waka Waka, Drag-Back-Flick, spielt hier erstmal schwindelig. Ball-Roll-Flick, Schuss findet, guck mal den Gegner, der weiß gar nicht, was er machen soll. Und dann David Lewis, fliegt hier noch auf die Fresse und Dorlasso. MyChas HD hier mit dem perfekten Skillrun, wie er die einfach alle zerstört hat. Schaut euch das an, hier nochmal den Drag-Flick. David Lewis, der hat den einfach umgenockt. Ja, Freunde, Platz 1 gewinnt heute eine 20 Euro PSN-Karte oder 2001 Microsoft Points von unserem Sponsor-Keyload. Wenn ihr auch so geile Tore habt, sendet uns euer bestes Tor an vielfifatop5goldsetlive.de oder sendet es uns einfach als private YouTube-Nachricht. Das war's dann von dieser Folge, Freunde, hat mir wieder richtig viel Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal, haut rein, ich hab euch lieb und ciao!